Wer als letztes die Riesenbörse verlässt, gewinnt ein iPhone 14, Freunde. Hallo! Hallo! Ich möchte Burger-Pommes. Ich weiß nicht. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr, Leute. Mir ist so schlecht. Lukas? Lukas? Leute, ich glaube, Lukas ist unmächtig geworden. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Ihr seht schon, wir sind heute mit Marvin Abschardt. Was geht, Bro? Ich will dir schon mal sagen, du könntest schon mal direkt das iPhone geben, ja? Das werde ich mir schnappen, Leute. Ey, nein, 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 das darfst du dir jetzt. Das nehme ich heute. Lass mal jetzt nicht überreden, ich hab Hunger, ich will Burger-Pommes. Also Leute, ihr seht hier, wir haben jetzt zwei riesigen Blasen. Kannst mal näher kommen, dann zeigen wir euch die mal. Und zwar kann man sich da reinstellen und dann einfach mit dieser Blase sich fortbewegen, über Wasser laufen, alles mögliche, Leute. Der einzige Weg nach draußen ist hier dieser Reißverschluss, Leute. Den kann man auch nur von außen öffnen. Aber erst mal ganz witzig, Leute, das Ganze wird heute von Profis beaufsichtigt. Und wir haben auf jeden Fall für alles eine Genehmigung. Und es ist alles 100% abgesichert, also keine Sorge, deswegen. Und ich würde sagen, Marvin, wenn du bereit bist, gehen wir jetzt in die Riesenblasen rein, oder? Let's go und lass uns jetzt noch McDonalds und Burger-Pommes essen. Ja, Mann. Also Leute, wir sind jetzt einfach mal hier im Riesenweiteren. Marvin, hast du Bock? Ja. Erst mal Burger-Pommes essen, yes. Okay, ey, lass mal versuchen, erst mal in den normalen Eingang, ob das geht. Ja, guck mal, geh mal vor. Ja, ich teste das jetzt mal, Leute. Lukas, geht jetzt los. Oh mein Gott. Einmal Platz machen wir da. Wir müssen jetzt dahin. Oh, über Borstall hat geklappt. Lukas, komm wir rein. Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Oh mein Gott, ich kann sie grifflich greifen. Ich glaube, dieser Ball ist einfach viel zu breit. Okay, ich glaube, wir müssen in den McDrive. Lass McDrive gehen. Komm, wir gehen McDrive. Da hinten ist Marvin in seinem Wiesenball. Heute, übrigens, wenn man drin ist, dann verlieren die manchmal ein bisschen Luft. Und dafür haben wir extra einen Laufbläser. Und mit dem Laufbläser macht immer ab und zu wieder Luft rein. Aber wir dürfen die Blase nicht verlassen. Wenn einer die Blase verlässt, gewinnt der andere ein iPhone 14 vom anderen. So, Leute, wir sind jetzt hier im McDrive drin. Ich würde sagen, ja, bestellen wir jetzt gleich erstmal. Was holst du dir? Was? Was holst du dir? Äh, ich hole Burger Pommes. Burger Pommes is the best. Burger Pommes, Leute, schreibt alle die Kommentare. Hashtag Burger. Genau, Hashtag Burger Pommes in die Kommentare. Was geht? Ich mag einfach ein Video. Ja. Was geht, Mann? Magst du auch Burger Pommes? Ja. Safe? Geil, Leute, er mag auch Burger Pommes. Okay. Ey, Marvin, der hat auch Burger Pommes gefeiert. Ja, Burger Pommes auf die 1. Ja. Ey, Mann, ey. Ich setze mich jetzt auch hin. Ich glaube, der vor uns bestellt für eine Fußballmannschaft. Ja, der bestellt für die ganze Fußballmannschaft. Ja, natürlich. Komm, wir machen so ein Foto. Erkennt man mich da? Ey, der Hub für uns. Ja. Ey, Mann, bestellt der jetzt endlich da vorne? Mach mal schneller. Ich will Burger Pommes. Jetzt endlich mal bin. Ich bestelle jetzt. Ja, bestell mal. Junge, machen jetzt alles total platte. Wir können jetzt bestellen. Wie irgendwie das aussieht. Ey, ich brauche Luft. Ja, du brauchst gleich Luft. Hallo? 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 Ich möchte Burger Pommes. Ich kann nicht weggehen. Ich bin eine Blase. Dann kommst du bitte zur Seite. Davor, ich nenne deine Hüttel mal erst zur Seite. Okay. Ich brauche Luft, Leute. Leute, Marvin muss jetzt hier im Backdrive mit Luft versorgt werden. Mach da unten einfach auf. Leute, Marvin, ich habe jetzt hier mal ein bisschen Luft noch. Burger Pommes, Burger Pommes, Burger Pommes. Jetzt gibt es Burger Pommes. Ich hätte gern zwei Cheeseburger. Ja. Und eine große Pommes. Große Pommes. Und ein Milchshake. Große Milchshake. Ja, große. Schoko, Vanille. Schoko. Schoko. Mit Burger Pommes. Ich nehme auch zwei Cheeseburger. Soll ich alles zusammen ein bisschen? Ja, ja, auch eine Pommes. Auch groß? Ja. Ja. Und eine Capri-Sonne. Okay, kommt noch was dazu? Nee, das wär's. Soll ich bezahlen? Wer will bezahlen? Ich mach, warte. Nein, komm, ich mach, Marvin. Ich mach, ich hab doch die Däne-Witze hier. Okay. Wie viel macht das? 20,000 Euro, das waren 70. Ey, Marvin, der bezahlt hier. Der Folgeball. Hier, ich werde wieder zu machen. Marvin, ich setz mich jetzt hin und warte auf mein Essen. So, ich bitte euch, nicht ans weite Fenster, sondern anpass direkt an der Seite. Okay, wir warten an die Seite. Let's go, Freunde. Wir kriegen gleich unser Essen von Burger Pommes. Hier warten wir jetzt. Ich glaub, du brauchst ein bisschen Luft, Marvin. Ja, Luft, Kameramann. Ich brauch Luft, ich krieg keine Luft. Lukas? Ja? Burger Pommes ist geil, ne? Ja, Mann. Burger Pommes. Lass mal jetzt küssen. Okay. Boah, das war geil. Boah, du bist der beste Kameramann. Ich brauch noch einen Cheeseburger. Ey, ich will auch essen. Marvin, krieg dir schon mal essen. Ja, Mann, jetzt gibt's endlich Burger Pommes. Ganz wichtig, ihr nehmt den Cheeseburger und macht da Pommes drauf. Und wo ist mein Milchshake? Und ich brauch Luft gleich. Burger Pommes auf die 1. Okay, Leute. Wir machen jetzt aber erst mal Burger Pommes ready. Übrigens, Leute, macht das bitte auch mal nach und schreibt dann Hashtag Burger Pommes, wenn ihr das irgendwo postet. So, Leute. Ich würde sagen, wir essen jetzt auf und sehen uns live bei der nächsten Sache. Lukas, ich mach jetzt erst mal Burger Pommes. Ich mach jetzt erst mal Burger Pommes. Und wir sind jetzt hier bei Mediamarkt, Leute, in der Riesenband. Denn... Ey, wir sind schon durch die ganze Zeit gelaufen. Lukas, wir machen eine krasse Challenge, okay? Okay, lass alle richtig krasse Challenge machen, okay? Weißt du, was wir machen? Was machen wir? Lass uns einkaufen gehen. Bei Mediamarkt. Okay, ey, warte, lass es so machen. Wir machen, wer es schafft, schneller ein Produkt damit zu kaufen, gewinnt. Okay. Also, Leute, let's go zu Mediamarkt, würde ich sagen. Let's go. So, Leute. Ey, das ist richtig anstrengend, damit zu laufen, sage ich euch. Leute, ich bin zu fett. Ey, ich passe da nicht durch. Doch, Marvel. Okay, ich weiss. Oh, oh. Geht nicht. Ich schäfe dir. Warte mal, kann man da seitlich irgendwie rein? Guck mal, da hast du mehrfach seitlich. Ja, ja, komm, wir gehen da nach. Der Lukas kommt auch nicht gut. Oh, doch, der ist durchgekommen. Okay, ich hab irgendwie durchgepasst. Nein, der ist von hier drin. Jetzt geht's rein in den Mediamarkt. Ab geht's jetzt in den Markt. Geht er schon vor mir drin. Moin. Ey, nein, die Tür geht zu. Ui, ui, das hat gerade so gepasst, denn heute ist nicht die Sicherheitsschleuse. Uda, warte mal auf mich. Okay, let's go, Marvel. Jetzt müssen wir was kaufen, aber auch. Okay, Leute, wir gehen jetzt damit in die Gaming-Abteilung. Die werden hier so rausfliegen, glaube ich. No, Joko müssen jetzt ein Spiel kaufen. Okay. Oh, ich hab wieder die Seite zum Schild mitgenommen. Ey, Lukas, geh mal schneller. Ey, Alter, jetzt mach ich dir an hinten. Na, man hat mich hier einfach von hinten total angehitzet, Leute. Oh, jetzt krieg ich hier noch lange Luft drin, ey. Alter, meine Rücken tut so weh. Ich glaub, das mega. Wir müssen jetzt zu den Spielen. Okay, Leute, wir gehen jetzt in die Gaming-Abteilung. Ich würd sagen, Leute, übrigens, checkt hier den Mediamarkt einmal ab, Leute. Ultra geiler Markt hier in Ludwigshafen. Lass mal Liebe da auf jeden Fall und folg dir auf Instagram. Und ich würd sagen, ey, Marvin, jetzt mach mal kein Sprech hier von hinten. So, Leute, jetzt geht's erstmal hier weiter vor. Ich will mir jetzt einmal GTA kaufen, Alter. Ich brauch ein Spiel, aber ich kann das nicht tragen. Alter, Leute, jetzt sind wir hier schon bei Nintendo Switch. Hinten ist Playstation 4. Marvin, guck mal, da hinten ist Playstation. Kannst du mir einen Gefallen tun? Du musst mir mal ein Spiel holen, okay? Hol mir mal FIFA oder so, okay? Kannst du mir auch eins holen? Marvin, der Leiter, such dich, Alter. Kannst du mir auch eins holen, GTA? Hol mal irgendein Spiel, okay? Irgendein cooles, was du geiler hast. GTA für mich. Nicht für den, nur für mich. Nicht für ihn. Hol mal FIFA oder so. Mann. Junge. Alter. Ey, ich hoffe, dass ich schneller bei der Kasse bin als du, Alter. Du hast nicht mal ein Spiel. Doch, der holt mir eins. Nein, der holt mir eins. Nein, nein. Was hat er jetzt gesagt? Ich mach dich hier erstmal weg, Marvin. Ey. Ey. Ey, ich kriege hier keine Luft mehr langsam, bitte, Luca. Komm, komm mal mit mir mit. Die Playstation-App-Panier ist da hinten. Dann nehme ich den Kameramann. Du musst mir mal helfen. Uh. Ich war's nicht. Du hast den Namen da gemacht. Mega cool. Du musst einen Ehren machen. Leute, der Zuschauer ist hier den Ehrenmann. Ich glaube, du kannst es schneller als ich. Alter, das ist hier richtig eng. Oh, oh. Oh. Das geht nicht. Mach mal da, ey, ich muss doch durch. Ey, das ist richtig. Kannst du nur nach GTA holen? Ey, wir sind hier stecken geblieben. Du kannst nur einmal dieses Schild noch bitte wegstellen. Komm, ich warte ja im Stau. Okay, alter, let's go. Okay, ich würde sagen, Leute, wir gehen jetzt mal hier zur Kasse vor. Let's go. Jetzt die zweite Eskornia. No way. Schau dir das mal an, die Sicht hier aus diesem Ball, Leute. Das ist total krank. Wie gesagt, Ehre alle im Mediamarkt, dass wir hier drehen dürfen. Alter, das, ich bin schon wieder stecken geblieben hier, ey. Okay, du kommst nicht durch, Navi. Geh zurück jetzt hier. Nein. Boxt dein Po. Okay, komm, wir müssen woanders lang. Komm, wir gehen da lang. Okay, Leute. Kannst du das mal wegräumen? Ich bin zu fett. Ey, Marvin, jetzt mach mal hier nicht so. Und geh einfach mal durch jetzt. Leute, ich pass hier durch. Marvin ist zu dick. Der hat mich überholt. Oh mein Gott, ich glaube, ich hab gleich gewonnen, Leute. Alter, es ist hier unnormal knapp. Ihr seht, hier schleift es. Oh, wir, glaube ich, stecken geblieben. Es ist Stau hier. Oh, oi, 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 oi. Schieb das jetzt weg. Ja, genau, das wäre super. In die Ecke da. Du bist ein Ehrenmann, Alter. Ey, Marvin, ich schwitze hier schon langsam richtig drin. Ich total. Gar nicht mehr. Jetzt müssen wir noch irgendjemanden hier bezahlen. Nein, er ist vor mir. Er hat gewonnen. Okay, Leute, jetzt nur ganz kurz, damit nicht zu viel Luft rausgeht. Lukas? Ja? Du hast gewonnen, aber bezahlst du meins auch mit? Ja, ich bezahle deins auch. Okay, Brofaust. Ah, okay, dann reicht, glaube ich, einer. Lukas? Ich glaube, einer, ja. Chill, schnell zumachen. Sonst geht jetzt die Luft raus. Ja, wen möchtest du grüßen? Äh, meine ganzen Garten. Okay, grüße gehen raus. Und das Rückgeld? Ich grüße dann auch noch. Ich grüße dann auch noch. Wen? Den Rest der Welt. Hahaha, sehr gut. Okay, ähm, das Rückgeld darfst du behalten. Das Rückgeld darfst du behalten als Taschengeld. Für deine Hilfe, ja? Jetzt können wir auf jeden Fall raus. Alter, ich schwitze so sehr. Ein ganzer Ball ist richtig beschlagen gerade. Das war's wiederkommen, ich sehe gar nichts mehr. Alles voll mit Schweiß, ey, hier. Leute, ich will es dann sagen, wir sehen uns gleich bei der nächsten Challenge. Let's go. Leute, es geht los. Oh mein Gott, Alter. Also, Leute, wir sind jetzt hier am Wasser. Marvin, hast du Bock, Alter. Ey, ich hol mir das iPhone. Ich hol mir das, Junge. Das ist richtig gefährlich, was wir machen. Alter, let's go, Mann. Mit hier ins Wasser, Junge. Boah, das fühlt sich so falsch an. Wir gehen mal hier nach, Marvin, Leute. Ist dicht. Oh mein Gott. Als ob man zu Wasser gehen kann. Oh mein Gott. Hä? Hä? Ah. Leute, wir gehen ja auf dem Wasser, Bro. Oh, ich hab Angst. Ah. Alter. Ah. Ah. Junge, ich leh mich auch mal. Oh mein Gott, Marvin, Junge. Alter. Wir sind ja einfach mitten auf dem See, Bro. Junge, ich hab, Leute, ich hab wirklich Angst gerade. Leute, ich versuch mal jetzt zu Marvin zu kommen. Ey, ich schnau, komm nicht weiter. Ah. Leute, ich kann nichts machen hier drin, Bro. Ich kann mich nicht auf Wasser fortbewegen. Da hinten ist Marvin, Leute. Junge. Oh, was ist er? Nein, hier kommt Wasser rein. Wasser mit dem Video? Oder? Hä? Hier kommt Wasser rein. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bei mir kommt Wasser rein, Leute. Leute, bei Marvin kommt Wasser rein, Alter. Waaah. Ey. Aber das ist vor dem gefallen. Oh mein Gott, nein, bei mir kommt auch Wasser rein. Okay, Leute. Alter, das ist absolut gefährlich. Natürlich wird das Ganze hier von Profis auf sich nicht von einem Badereiser. Aber ich kann nicht weiter. Aber ich würde sagen. Junge, es ist zu krass. Oh mein Gott. Wir müssen zwar hier fortbewegen zu Marvin, Leute. Ey, ich muss auch aufpassen. Ich darf mit dem Ding. Nicht ins Wasser kommen. Alter, ey. Das ist... Oh mein Gott, ich bin so tot, Leute. Ich kann langsam nicht mehr. Das ist geisteskrank. Ey, Marvin, gibst du schon auch? Nein, Bruder. Aber ich... Digga, es ist hier Wasser rein gekommen. Echt jetzt? Ja, vor mir jetzt. Ist dir nicht gelogen. Kein Prank. Aber bei mir auch ein bisschen. Was? Bei mir ist auch ein bisschen Wasser rein gekommen. Bei mir ist mehr Wasser rein gekommen. Marvin, mach jetzt ein Wasserbattle-Challenge. Okay, was denn? Wir rennen gegeneinander. Ja, aber dein Knie. Ja, das krieg ich hin. Okay, Leute. Oh, oh. Oh, oh. 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 Ey, mach es immer nicht das zu gefährliche Wasser. Ey, das ist voll gefährlich, oder? Mach nicht wegen deinem Knie. Oh, Marcel. Komm her, komm her. Hey, Marvin, komm. Lukas. Ja, Marvin. Ich krieg keine Luft mehr. Gebt so auf. Nein, ich will das iPhone. Oh, Leute, ich werde dich gerettet. Oh mein Gott, ich mach hier ganz viele Tourneys. Lukas, hält mir mal. Alter, ich komm hier nicht weg mehr. Ich auch nicht. Ja. Leute. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Ich glaube, ich bin wieder am Land. Ich glaube, ich bin wieder am Land in meinem Knie. Ich spür's. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr mit so schlecht, Leute. Oh, ich muss abbrechen. Mir ist so schlecht. Lukas hat's auch gleich geschafft. Oh, mir ist so schlecht. Alter. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr, Leute. Mir ist so schlecht. Lukas, setz dich erst mal hin. Oh, Leute. Ich glaube, ihm geht's nicht gut. Der wird euch aufgeben. Ey, Marvin. Oh, Junge. Ey. Lukas. Ich kann nicht mehr. Ich auch und ich krieg keine Luft. Alter, Marvin, Junge. Oh. Ey, mir ist so heiß. Mir geht die Luft langsam aus, aber ich geb nicht auf. Junge. Oh, nein. Ich kann nicht mehr. Ich muss abbrechen. Oh, nein. Ich glaub, Lukas geht gar nicht gut. Lass mich raus. Leute, ich darf eben schon auf dem Wasser. Ich muss aufgeben, aber jetzt ist es komplett vorbei bei mir. Ich mach alles mit iPhone 14, aber ich glaub, das ist alles zu weit gegangen langsam. Lukas kann auch gar nicht mehr. Gleich kommt der Bademeister und macht hier auf. Aber bitte, macht sowas niemals nach. Das war eine richtig dumme Idee. Lukas. Ja? Ich krieg keine Luft mehr. Junge, mir ist so heiß. Ich spür meine Hände nicht mehr. Mir auch. Und ich hab Atemnot. Bro. Leute, ich kann nicht mehr. Lukas? Lukas? Hallo? Leute, ich glaub, Lukas ist ohnmächtig geworden. Man, der kann aber helfen. Der muss uns schnell rausholen. Oh mein Gott, wir brauchen ganz schnell Hilfe. Ich muss Lukas retten. Ich geh jetzt einfach auf, weil wir müssen hier irgendwie rauskommen. Weil der ist doch unmenschlich. Das geht nicht, ich krieg's nicht auf. Ja, mach mal schnell auf. Der Bademeister da. Da, mach schnell aufmachen. Halt mal schnell. Lukas kommt ja raus. Geht's wieder? Hallo? Hallo, du musst jetzt mal was werden. Oh, Junge, du bist echt so. Hier geht's gar nicht. Kommst du raus. Oh, Junge. Du bist verrückt. Du bist viel zu lange drin. Du bist ohnmächtig geworden. Gib her, ich nehm mal einpackt. Das ist nach schwerer Seite. Scheiße, leg dich mal ein beiseite. Komm mal raus, Bruder. Scheiße. Ja, wir sind ja, wir haben noch die Challenge gedreht. Um iPhone. Geht's? Geht's? Ist alles gut bei dir? Oh, Bro, auf einmal wird es so weggetreten. Ja, ja, ich hab's auch gesehen, ey. Scheiße, wir haben eben schon Probleme gehabt, dein Ding aufzukriegen, weißt du? Ich stütze ihn jetzt erstmal. Ich bringe ihn jetzt erstmal ins Krankenhaus. Lastenbaum nach oben da, kostenlos Abo. Ganz wichtig, mach das auf gar keinen Fall nach. Komm, wir gehen jetzt erstmal. Oder dir geht's auch gar nicht gut, ne? Ja. Leute, mach's niemals nach.